Lass es geschehen YouTube, herzlich willkommen, heute mal mit einem neuen, mit Chilla-Kar, keine Ahnung, ja, willst du das so ausgesprochen? Chilla-Karne. Ja, irgendwas mit Chilla und Karn und so, was mit Schiffen halt, und solo top bin ich, die anderen sind Bot, Mitte, Jungle, viel Spaß. Jo, auf jeden Fall. Könnt ihr alle mal Hallo sagen, aber so nacheinander, aber nicht so schwul Hallo sagen. Fuss. Hi, Moinchen. So, äh, Ezreal, hier, ich tanze jetzt mal für euch. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Animes. Hm, der Tanz. Übelst der schwule Anime-Tanz, man. Ja, und? Er ist echt aus, der Tanz ist echt aus Manimera aus. Bei Delios, jedes Mal, wenn du so ne Scheiße schreibst, ne, verlieren wir. Jedes Mal, wenn du das schreibst, also. Ja, ich würd auch nur höflich sein. Ja, scheiß auf Höflichkeit, Mann. Hilft mir irgendwer dann bei 1,50 bei den Wölfen und dann loopholen? Ey, dann kann die Botland ja auch noch helfen. Solange mir keine klaut, sonst gibt's ja nicht Ere hier. Hm, nein. Ich klau dir nix. Ich klau ihm mal den Blue, Digga. Na. Den kriegt er eh nicht. Aber er braucht doch selber Blue. Klau ihm mal den Blue. Ich denk, du brauchst ziemlich Blue. Klau ihm mal den Blue. Das schafft er nicht. Ich hab Smite dabei, also. Ja, am Ende zieht er den einfach. Was hast denn du da in der Hand, Alter? Was ist das für ein Kochstab, Mann? Das ist Jax. Oh, er macht die Hunde einfach tot. Was soll denn das? Ganz knapp geämpft. Ja, invaden wollten die nicht. Okay, muss jetzt reichen. Ich komm jetzt auch mal fort. Oh, Alistar ist schon da. Dann hab ich doch Xing-Sauerwurst. Komm, 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 komm. Ja, Xing-Song ist hier oben. Ach, Jax, ey. Er lässt mich auch übelst pushen. Vorsicht. Alles was hier oben. Ach, komm, alles da. Kampf liegt mir im Blue. Getroffen. Don't fuck me ab, alles da. Wer ist nochmal bei denen am fucking junglen? Chen, der ist gerade bei mir aufgetaucht. Okay. Fokus dann immer auf Jax, dann, ne? Juh. Ich darf den nicht so sehr pushen, Alter, wegen dem scheiß Jungler. Ich hasse ihn, ich hasse ihn so sehr, ich mach ihn nicht. Ja, warte mal. Er kommt ja gleich hoch. Geh mir beide in den Busch hier rein. Ja, siehst du? Der Donner! Die hauen nicht sehr schnell ab. Erstes Blut. Schöng gemacht, super. Ich muss aber gerade mein Heal benutzen. Gehen wir auf meine Base. Ursaren kennen keine Form. Ich muss jetzt mal unten mal warten gehen. Jo, schenk es da. Wo? Bei euch oder was? Unten. Oh nein. Oh nein. In Junglen oder was? Ja, ja, der Jungle. Elister ist ja wieder da mit... Der Jungler kann mal zu mir hochkommen. Ja, kann ich doch. Ich hab den ein bisschen runtergepusht, den Typen. Also zu mir hoch. Oh, niedlich. Er kommt jetzt zu dir in der Mitte, Akali. Ja, ich mach mich dann immer einfach unsüchtbar. Zack, und wieder gefailt. Ja, du kannst dich halt unsichtbar machen und wegflashen, ne? Genau. So, der Jungler kann jetzt mal... Warte mal. Ich hab das gewartet. Hm, glaub ich nicht. Doch, der sieht mich. Oh, der für dichter ist. Ja. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Los, rauf auf ihn. Ah. Fuck. Glück gehabt. Er kommt wieder zurück. Dennis, bitte miss. Warum schreibst du's mal? Wir sind doch alle in einer Kong. Wir sind doch alle in einer Kong, wir musst doch nicht schreiben. Du bist echt ne Nase. Aus Gewohnheit. Gib dir gleich Gewohnheit. Es wird auch noch frech, der Bengel. Na, dann eben, Jace. Kleiner Pisser. Komm wieder zurück. Ich glaube auch, dass unser Shen wieder nach vorne kommt. Deswegen bleibe ich immer hier. Und Shen ist da. Und Shen ist da. Ich hasse dich. Schön, wie du den Schaden gibst, Alter. Stärke und Weisheit leiden mich. Alter, ich hasse ihn. Haut er dich immer nach hinten, der Alistar, ne? Ich hasse Alistar. Ne, ich geh wieder zurück. Bleib am Tower, ne? Bei mir reicht das langsam mit ihm. Äh, wie lang setzt sich noch der Wort? Ich muss jetzt wieder da sitzen. Auf dass der Sturm wir folge. Ja. Jacey Baby. Äh, ich mein Jax Baby. Ah, okay. Okay, hier ist Mordekaiser. Ich glaub, der hat ein Wort oder sowas. Ich glaub, die haben ziemlich viele Worts irgendwie. Die Leute sind ja auch nicht blöd, ne? Ja. Du Ursaren kennengelernt. Achtung, Achtung, Gott. Oh nein, nein, Mann. Hat dich der scheiß Tower gekriegt? Ja, nein, der Mordekaiser hatte seine Ulti auf mir drauf. Ey, Alter, fick dich, ey. Keine Schimpfwörter. Jax? Ist das eine Herausforderung? Soll ich hin? Bot, Top, Edge. Top ist irgendwie weg. Das SS, glaub ich. Bitte ist jetzt auch Mist. Ja, bei mir ist auch, äh... Ne, beide bei mir sind beide da. So sei es. Shannes Mitte. Wenn ich das richtig sehe. Oh, jetzt. Hau ab. Ah, SS hier, top. Ist unten jetzt bei euch. Ah, es wacht ab. Ja, der Sinzau ist jetzt auch Mitte. Blatt. Er will unbedingt Feed kriegen, weil er hier oben nichts kriegt. Ja, in der Mitte kriegt auch nichts. Ja. Die Top-Lane auch nicht. Alter, ich hab vergessen, mein Renderprogramm auszumachen. Mein Programm rendert und nimmt jetzt gleichzeitig auf. Wie krass. Ich wundere mich gerade, warum es hier so ein bisschen geleckert hat jetzt. Freut sich der Computer. Boah, ne, das gilt. Ich hab... Meiner ist stark genug. Für die Sachen. Dürfte den eigentlich nicht großartig stören jetzt. Fack, mein Wort ist weg. Das stört mich. Vom Schicksal bestimmt. Ich weiß nicht, der hat... Ob du jetzt Top-Zone kommen sollst. Ich könnte den... Ich könnte den... Ich könnte den... Ich könnte den Bluber-Steal, aber... Ist da, ne? Ist da, ne? Ich bin down. Kannst du von... Na, Tower-Difen zieht nicht, ne? Die machen immer Tower-Difen. Also langsam... Die haben mit Chase... Die haben alle Probleme an Bord. Ja. Die haben alle Probleme an Bord. So. Pass auf, Shen ist hinter dir. Ey! Mitte kommt Shen. Nee, nee, nee. Shen ist hinter dir. Und der ist grad mitgeguckt. Der kommt, bitte. Du darfst sehen an Bord. Der klappt einen Bluber-Fion. Der geht hier an. Ja. Mein Bluber ist nicht da, du Idiot. Ach so. Du Idiot, sagt er einfach. Ganz frech. Ich dachte das. Jax? Kannst du mal hochkommen? Ich hab ihn extra ein bisschen zurückgepusht. Dann können wir den mal ein bisschen ziehen. Ja, ey. Richtig lohnenswert wird es erst mit so ungefähr... Nein! Wie lucky der ist. Die Hecht von der Welt nicht hast. Wie lucky der ist. Der zittert vor meinem Gebrüll. Leute, werdet nicht so leicht sind ich jetzt, Alter. Okay, ich geh zurück. Der ist so lucky gewesen. Warum hast du mir nix gesagt? Dann hätt ich... Ich hab jetzt krass geschossen, aber hab ich jetzt nicht getroffen. Der ohne den Shen hätte das nicht gepackt. Hast du keine Wards? Alter. Gegen Shen Ultim kannst du keine Wards. Ja. Die Ulti geht einfach auf den drauf, das ist das Schild. Der portet sich ran und fertig. Von wo denn, Alter? Von überall. Nach überall. Ja, wenn wir hier irgendwer helfen, so theoretisch... Mh, wir haben... Wir waren lowlife wegen denen. Sooo sei es. Ja, das wird nix. Er hat... Die... Wegen den scheiß Ali-Star. Ich mag den überhaupt nicht. Ich habe kein Mitleid mit Fightling. Oh, jetzt muss der sich wegzappen und seinen Heal benutzen. Der kleine Kackvogel. Oh, und da ist Shen. Vertraue deinen Instinkten. Jaja, Shen. Jaja, Shen. Du hättest dir wohl gerne. Bin doch nicht dumm. Auf dass der Sturm mir folge! Hauer-Dive schaffen wir wahrscheinlich gut wieder. Mh, 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 mh. Der wollte, man kann mal Chase klatschen. Ah, Mist, der Ding-Sombo unter, der Ding-Sombo. Können wir auch noch klatschen? Bleib, 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 wir können klatschen, wenn er herkommt. Glaub nicht, dass er sich traut. Der will noch gehen wird, ne? Wie ist von Shen die Ulti? Was ist das, ist das richtig? Der fordert sich ran und geht den, wo er sich ranfommt. Irgend gibt dein Schild und nach ein paar Sekunden erscheint er dann. Was war das grad? Dass so dein Attack-Speed bisschen erhöht wird. Oh. Mhm. Ja, Leute, die wollen mich hier festen jetzt. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Hilfe, Alter. Der Shen zieht mich hier zurück. Mit diesem Xing-Peniskopf-Sau. Allah, was geht mit dem ab? Wieso kann der mich im Tower sehen? Was haben denn keine Luft? Ah, nur vielleicht entdeckt den Saulti dich. Ne, die hat er vorher schon benutzt gehabt. Das ist ja gemein. Du wirst dich sofort unsichtbar, wenn du da reingehst, das weißt du schon. Aber fast sofort. Ähm, Leute, kann mal einer hochkommen, den Tower hier schützen? Weil ich würde gern mal zurückgehen, ich hab 2000 Gold und ich brauch mal ein bisschen was. Naja, ich kann hoch. Und da kannst du mal von hinten kommen, weil der kleine Xing ist ganz schön mutig. Boah, schön gehittet. Ich kann sowieso zurück. Halt die Fresse, du bist ein Sau. Geh weg. Der Tower ist sowieso beigegangen, das heißt, du kannst sowieso machen, was du willst. Das Eros ist zu spät. Tomade, Mist. Boah. Wenn du auch mal einen Mord klatscht. Wenn... wenn er noch da... na ne, da ist ein Mord schon wieder. Wenn du Mord klatscht. Der Shen ist wieder unten mit. Der ist von mir... Der Chillmax muss sich zurückfallen lassen, wenn ich da reingaggen soll. Let's go Oh, wir haben halt geflasht Oh, scheiße Boah, Leute, was macht ihr denn für ein Scheiß, Alter? Kriegst du den noch? Nein Alter, wie ihr euch da prügelt, Mann Oh, nein Ich hau ab Der Donner Ist das eine Herausforderung? Die wieder vor Ort Bei der Macht von Freljord Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja Ist der Spot? Der Mordekaiser nervt, ne? Da ist einer, da ist einer Ist egal Jetzt können wir den Tower Diven gehen Ein paar Sekunden ist mein Ulti-Rally Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rein chargen soll Alter, wie lange bleibt denn das immer, dass du so unsichtbar bist, Mann Acht Sekunden Na, jetzt sollten wir uns verpissen, glaube ich Guter Plan Soll ich mal runterkommen? Leute Vorsicht Achtung Drache Die machen den Drachen Geht auf, auf Halt, so, eins Nein Ah, nee, Drache ist noch da Was denn da machen wir denn jetzt? Ist das eine Herausforderung? Oh, der Gegner hat den Drachen getötet Ja Alter Der Kampf ging nach hinten los Wir müssen auf jeden Fall Mord und Chase töten Wir müssen Mord und Chase töten Ich hab den Tower und den kaputt gemacht Oh, die Top Lane hab ich jetzt ein bisschen gepusht Wir müssen in den Kämpflinge versuchen Mord und Chase klein zu kriegen Das blöde ist dieses Schild von Mord, Kaiser Das nervt Ja, das gibt dir dauerhaft Schaden Das kann er auch auf jemand anderen einfach setzen Ja Also wenn möglich Immer erst mal auf Chase und Mord und dann den Rest vom Team klatschen Ja, Alter, dass die so schnell abhauen, finde ich echt heavy Das Problem ist, du hast ja mit Alistar das Problem Alistar beschützt die ja Er rammt euch ja alle einfach zurück und in die Luft Dann haut er ab Und wenn er stirbt, ist es scheißegal Weil Job ist dann Der Job ist getan, genau So sieht's nämlich aus Das ist hier das ganz große Problem Komm, wir gehen zusammen Alex Ich glaub, wir müssten jetzt alle mal zusammen gehen langsam Also ich bin unter Level chronisch, also das ist, ja, Mitte Ich bin auch zwei Level unten drunter Ich komm in die Mitte Eigentlich ist das bei der Mitte voll fail eigentlich, ne Die Mitte müsste eigentlich viel viel schneller leveln Ja, 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 ich bin zwei Level unter dem anderen Komm, den ersten haben wir, los! Mal weg, weg, weg! Nein! Los, geh, ich hab sie gesloat! Das gibt's nicht! Schöner, fast hätten wir ihn, shit Oh, Mann Ja, den Mordekaiser hab ich, Alter Ja, das Problem ist, dass wieder keiner auf Mord und Chase war So, irgendwie auf Xen und so Doch, ich bin auf Mordekaiser gegangen Wir sollten vielleicht, äh, Wolibear die Fights anfangen lassen Und dann erst den ganzen Rest lassen Ja, du und Jax, das Problem bei dir ist Du musst, Alter, du musst was sagen Wenn du reinspringst in die Fight Mann, du springst einfach rein Und wir müssen dann irgendwie voll durch Ungeplant reinhüpfen Mach so, wer markiert als erstes den, der angegriffen wird Und dann 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go, genau Und dann charge ich rein Ey, komm, die wollen oben die Tower nehmen, los! Wenn Wolibear, wenn Wolibear reingeht Ein nach hinten schmeißt, ist ja klar, das go ist das Ja, dann lass mich immer attackieren Und wenn ich wirklich jemanden ziehe, dann hauen wir den tot Ja, genau Na, die sind jetzt wieder weg, Alter Ja, die kommen jetzt hier hoch Na, die sind jetzt weggegangen Doch, die kommen hoch Die kommen hoch Jax! Total sinnlos, wir müssen dann wieder mit Wir müssen dann nicht mit dem Pushen, weil da steht kein Tower mehr Ja, top, steht auch kein Tower mehr Nee, ich mein, hier steht keiner Da steht auch keiner, da steht nur noch einer Den wir bis zu schnell pushen können Weil für die anderen Tower müssen wir übelst tief bei denen In die Lanes, da können wir ganz leicht gegankt werden Ja, 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 dann lass uns mal die Mitte ziehen am besten Da ist Alistair, der Schwanz Ja, jetzt kommen die alle hoch Ja, das sind alle, das sind alle Mitte Na, das sind alle wieder da Ja, keine Ahnung Wo und wie man schaffen wird, irgendwie auf einen draufzuspringen Warte mal, bleib mal hier, bleib mal hier Komm mal zurück Ich versuche mir gleich einen rauszupicken Und dann gucken wir Alter, Jax mit seinem abgefuckten Hammer, Mann Alistair, komm Hier, ich hab Alistair raus Ultis, raus Komm, komm, den ersten haben wir Heilung für alle Super gemacht So geht's Nice Komm, Alistair noch Alistair noch Alistair noch Komm Schön So wird's gemacht Alle zurück, einmal in die Base Alle einmal zurück Einfach in die Base Nein, nein Nein, da gibt's nur noch einer Sicher? Ach so, ja, das ist ja nur noch der eine Ja, hab ich vergessen, sorry Und dann den nächsten Tower gleich nochmal chargen Sechste Tower könnte klappen Na, komm Aber jetzt musst du mal Komm Komm, ich geh rauf Sind beide da Ja, beeilt euch, beeilt euch Ja, den Jifter noch schafft Nein, nein Ah, nee, ich nicht Ich hab Lowlife Zurück, zurück, zurück Komm, Leute, zurück So mussten die Falsen laufen Ja, wartet einfach wieder Dass sie uns schön zurückdrängen Und wenn dann Alistair wieder Irgendjemanden von euch nach hinten rammt Zieh ich Alistair sofort wieder raus Das ist das geile Anwohlibe Du musst nicht mehr Alistair rausziehen Du musst versuchen, dass der Carry von denen hinten in unsere Reihen kriegt Dass wir den töten können Ja, Jace am besten Jace oder Morde Morde vielleicht sogar nicht so eher Jace So, noch einmal 1, 2 Dann hab ich den Schutzengel schon mal Dann bin ich noch besser Und dann hol ich mir noch ne Vormax-Rüstung Leute, kommt mal schnell in die Mitte Die ziehen den Tower Die hässlichen kleinen Pissdinger da Drache, die machen wahrscheinlich gerade der Drache, glaube ich Ja, machen sie auch Weil das brauchen sie auch Ja, ne Ist nicht, ist nicht Ich glaube, aber die sind da unten irgendwo Also einer stand hier, einer stand hier Ich hab's gesehen Alistair ist da Mal schauen, ob es Drache Ja, kann mal klatschen, wenn du willst Warte, ich zieh mal raus Schön gemacht Zurück Wenn Drache ab ist, lass uns Drache machen Ist weg, ne Wir müssen nicht zurückgehen, wenn wir einen von den Tod haben Solange wir alle 500 wissen Lass mal oben den einnehmen, guck mal Der ist schön Ich lauf mal hoch Ich hab die Gegner gefunden Ja, ja, kommt mal hoch, wenn's geht Sehr gut Glaubt ihr, ich schaffe den alleine, den Shen? Naja, geht schon wieder zurück Lass mal schauen, wenn mir jemand Ich geh mal warten, jetzt steck Ich muss warten Na, passt auf, die kommen Auf Wer kriegt den? Du, okay Ich komm runter Auf das der Sturm mir folge Halt mal mit Scheiß drauf Oh, da sind sie auch alle Ja, deshalb, ja Vertraue deinen Instinkten Boah, wo lebe ihr halt's Maul Ich vertraue meinen Instinkten Du bist so ein dicken Bär vor mir Wir müssen auf alle warten Ja Wir kämpfen, solange wir unterzahlt sind Chase, Alter Diese Kacke da mit seinem Ding Ah, die wollen uns jetzt ziehen Leute Die wollen uns ziehen Oder lassen wir mal hierbleiben Wir chillen mal Komm, lass uns mal alle tanzen Komm, alle tanzen Oh, Jax, Mann Spielverderber Er will Minions haben Vertraue deinen Instinkt Achtung, Achtung, die kommen Hier kommen sie Oh ja, Jax Jax, Jax Komm, ich hab Morde-Kaiser raus Ja, auf, auf Morde Hier, den Shen Den Shen, Leute WTF, wo will der hin? Gut gemacht, Ezreal Nice Komm, ich komm zu Alistar Wie sie alle porten, hast du's gesehen? Tjung, tjung, alle laufen dahinten Alter, scheiße, ey Komm mal zurück, bitte Geh du mal nach hinten Am besten Baron war auf mir drauf Der Baron wollte was mit dir haben Ja, den hab ich unterwegs gepolt Ja, wieso? Das ist ja nicht das Ding Das war dieses Freifunsschnittteil Ja, man, das ist aus Versehen Das ist bestimmt nicht mit der Absicht gewesen Ach, mit dem wär ich mir da nicht sicher Das war leider unabsichtlich Ey, das sind drei tot Lass mal den Tower machen hier vorne Es sind drei tot Ne, die sind alle am Leben Scheißegal, den Tower schafft er Komm, den schaffen wir noch, los Die Tower schafft er locker Danach musst du abhauen Ja, und jetzt weg, komm Das ist schön, die Mitte ist gepusht Gepusht Ey, da schon wieder Scheiße Der, ganz ehrlich, ich zieh den als erstes raus Der als erstes vor mir steht Ja, aber bitte nicht, bitte nicht Alistar Das ist so sinnlos Wenn der hinten drin steht Ja, der haut uns dann nach oben Ja, genau deshalb Und der macht seinen Ulti an Und kriegt keinen Schaden Also Morte oder Alistar Nee, nee, ich brauch Farm Ich brauch mehr als du Ich bin der, der supportet, Mann Ich bin der, der drinnen steht Die Trottel sind wenigstens noch so blöd Und gehen auf mich Sie haben gewordet Wo haben sie gewordet? Hier oben Ah, pass auf, zurück, zurück, zurück Komm, komm hierher, komm hier hoch Ich slow sie schön Komm zurück Ja, wir müssten auch mal Wartet mal im Noch nicht, noch nicht Warte, da Chase Chase, warum gehst du verdammt nochmal rauf? Warum? Los, ich zieh jetzt irgendeinen raus Das bringt die doch Wir kriegen die doch locker Los, 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 weiter rauf Ulti ist raus bei mir Kommt, helft mir Los, los, weiter Ja, der Nächsten Komm, der Nächsten Ja, Mann Ja Fickt euch ins Knie Genau so, Alter Super Wir kriegen die doch locker In den Fights Ist doch scheißegal Ja, trotzdem Immer wenn du so weit vorläufst Alter, wir müssen immer nachchargen Weißt du, das ist auch scheiße Nein, das ist doch wurscht Nein Das ist wurscht, das kann ich Digga, ich mach mir Sorgen immer Du Frag, frag Dings, Alter Ich bin voll der besorgte Mensch, Mann Scheiß doch drauf Dann sterbe ich halt Das ist wurscht Nein, Alter, geht aber nicht Nein Ähm, warte mal Wir haben die geacet Nein, Xing Alter, diese Xing-Pickelarsch-Sau Alter, der ist Der ist die ganze Zeit Afghane, Mann Ja, ich sag dazu mal Afghan, Afghane Also, ich hab Schutzengel, ihr Süßen 3000 live, Alter Sag ich da nur zu Und jetzt wird Aufgeräumt Ich geh jetzt nur auf Rüstung Nur auf Rüstung Ich hab 236 Rüstung Die haben ja auch Doch, Morde haben sie als Morde Ja, ja, ich hol mir jetzt Schutzengel hab ich doch Außerdem hol ich mir jetzt Äh, gefrorenes Herz Ja, Pol Wieso? Slow, nein Ja, doch, ich verringere das Angriffstempo Ich hab gedacht, was willst du als Volibear mit dem viel Morde Äh Äh Ja, weiß ich, aber die Rüstung ist schon nicht schlecht Oh, wirklich, wirklich schon Ja, ich geh mal weiter Ja, du außerdem slowst ja dann, äh, die ganze Morde Das Angriffstempo wird halt geslowt von denen Ja Wartet mal, Leute Ja, dann beeil dich aber nicht, dass du da Die können ja, wenn die auf Baron gehen Ich glaub, die gehen auch Baron vielleicht machen, oder? Wollen wir mal den Drachen machen, der ist wieder da Ja, das ist mal Drachen Ey, ihr müsst gucken, der Jace pusht oben Ja Oder Ching Oh, die machen den Drachen, glaub ich Ja, die haben mich wieder gemacht Bräuchten wir mal ein Warding? Leute, komm Ja, komm hoch Soll ich hier unten ansetzen, oder wo? Ja, ja Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch Auf den Chen Geh du mal von hinten ran Geh du von hinten ran Oh, das war kein Sonnenunterplan Oh, das ist zu hardcore Flash dich raus Ich hab schon, ich hab den Flash gefehlt Warte, ich komm in die Mitte zurück Das war klar Scheiße Das kommt offenbar mal nicht durch, sondern gegen die Wand rennt Ich bin einfach nicht mehr rausgekommen mit Flash da Ich bin CC Komm, komm, weiter fighten, weiter fighten Und zurück, Ezreal, zurück Schon mal gut gemacht, ey Wenigstens ein bisschen gekrettet Ich wollte jetzt meinen Schutzengel nicht verscheißen Achso, deswegen Scheiße, ich konnte den Tower nicht mehr halten Die geben Baron Ja, die geben Baron, Macher Ey, kannst du den abziehen mit der Ulti? Äh, mein Ulti ist nicht ready Schieß mal einfach auf Baron rauf, geht das? Die ist nicht ready Ach, deswegen siehst du nichts, ne? Fuck, ich geh jetzt einfach rum, Mann Ah, die haben Baron schon gepoppt, glaub ich Oder? Ne, die haben ihn noch, die sind noch da Scheiße Shit, die haben Baron noch gezogen, ne? Ich wollte noch damage machen, ja Man, 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 man Ja, egal, jetzt müssen wir die Base verteidigen Einfach vorsichtig sein Wenn ich in den Fights gehen, dann müsst ihr Fehler machen Und dann läuft der Kack Bleib mal hier, du komisches Mädchen mit den zwei Pickaxen da Ja, wie auch immer Die gehen jetzt sowieso erstmal in die Base, um live zu holen Oh Gott, und ich brauch mein Infinity Edge oder mein Blutdurster Wenigstens, mindestens Leute, geht mal Habt ihr den haben, Bendy? Hä? Ob du den haben magst? Ja, wenn du nicht brauchst, ne mich Auch tun durch nicht wirklich, ne? Der Donner Ich bin andauernd Kann nix machen Ja, heute ganz geschillt 2019 Die kommen jetzt gerade, es ist noch nichts Es ist noch gar nichts entschieden Die haben noch lange, lange, lange nicht gewonnen Einfach in den Fights, schön Chase, Morde, passt Ja, Morde kriegt immer ein Biss von mir in den Nacken Und Chase auch Geht mal nicht so weit vor, die sind da Nachher ganken Die fangen an Die wollen ganken kommen, Leute Die sind bei uns, Mann Lasst mal hochgehen wieder Lasst mal bitte Einfach nur hochgehen Ja, das ist immer nur so ne Ja, da kommt jetzt rein Los Los, helft mir doch Und weg Ich muss weg Boah, schade Er war wieder Chase und Morde, Jungs Ja, ich bin auf Chase und Morde gegangen, Alter Chase hat noch alle LP Chase war am Anfang nicht da, aber auf Morde hätte man wenigstens gehen können Morde habe ich die ganze Zeit mit der Ulti gehauen Kein Fall auf Alistar oder Shen gehen Der Morde hat das letzte Schild kassiert Der Morde-Kaiser hat das dicke Schild gekriegt und das war's dann Ja, ich weiß schon Wenn wir es schaffen, den mit dem Schild zu töten schnell genug Dann kriegen die gar kein Schild in dem Fight Ja, dass Shen den anderen den Schild gibt Ey, ich verteidige jetzt den Tower bis zum Tod Mir ist egal Ich kriege hier, kriege hier kein Ja, schieß was du willst, du Bastard, Alter Lern mal richtig spielen, du Schwuchtel Fernkämpfer Lappen, Alter Useless, ey Das Ding ist Top Oh, wenn du ihn nur stun könntest, diesen Bastard Kannst du ihn stun? Ne Hat dich rausgeflasht Ja, lass mal weggehen Komm mal wieder zurück, Chase Jax Oh, Jax, übertreib es nicht, Mann Ja, dass wir dir immer hinterher müssen, das ist scheiße Ich geh kurz Base, Leute Ich bin ganz kurz nicht da Ich hol mal ein paar Wards Und ich bin wieder nicht da, Leute Oh, Mann Wir müssen echt mal aufs ganze Team warten Ja, ich weiß ja nicht, warum wir jetzt schon wieder Sorry, aber ich verstehe nicht, wer jetzt wieder vorgegangen ist und die Leute wieder gepultert Guck doch, wer tot ist, dann weißt du genau, wer vorgegangen ist Ich bin vorher, ich dachte, klauen da schnell an Ja, ne, lass es jetzt einfach mal, Mann Das ist Fail, Alter Das Problem ist, dass da keiner mitgeht So schnell War noch nicht da Das Ding ist, ich hab gerade gesagt, wartet Leute, ich geh in die Base und du rennst rein Ja Nicht in den Jungle Das hätt' locker funktioniert, wir wären reingegangen, hätten einen rausgeholt und wären wieder abgehauen, fertig Ja, ne, so einfach stell dir das mal nicht vor Das ist so einfach, aber das Problem ist, dass der Rest nicht schnell genug hinterher ist So, jetzt wollen sie hier den Tower machen gleich Na ja, den können wir verteidigen Naja, da ist Alistar erstmal Ich hab jetzt ein bisschen gewordet hier vorne am Wald Wie gesagt, in den Fights einfach Chase, Mordern, die Sache läuft Einfach alle drauf, scheißegal, was die anderen Leute machen, einfach draufschauen Ganz ehrlich, ich nimm meine verfickte Ulti und schlag einfach auf alles ein, was ich sehe Ja, bei dir ist es egal, aber so Leute wie Cockmount Auf, wir gehen drauf, wir gehen drauf Nein, bin ich nicht Oh, die Mitte feiert jetzt schon wieder Komm mit, hier muss dieser Mordewichser irgendwo sein Der kommt bestimmt gleich da runter zu denen Der kommt bestimmt gleich da runter zu denen Der ist halt so viel fucking live, Alter Geht drauf Ich krieg ihn noch, ich krieg ihn noch Nice Oh mein Gott Ass, Ass, komm, lass pushen Lass pushen, komm Bitte, bitte Versucht nebenhin zu klatschen Ihr habt Ihr habt noch 34, nein, 20 Sekunden Ja, ja, wir machen es ja schon Rauch drauf Mitte schafft er den Tower zumindest noch Ja Lass mal die Wahrsein schnell fort Und dann los den Tower Wie lange haben wir noch? Guckt mal auf die Uhr 10 ist wieder da 10 ist A, aber XIN macht euch nix Scheißegal, geht weiter auf den Endhilf Los Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich Halt ab, haut ab Hauptsache wir haben den Inhibitor gut gefickt bis jetzt Und der Ringe nach jetzt nicht wieder Ja, aber trotzdem, wir haben ein bisschen gekettet Der Tower ist da und Hauptsache der Tower ist weg Es kann auch jemand backdown gehen jetzt Wenn wir wollen Ja, warte mal, ich geh mal oben ein bisschen farmen Oder du, Ezreal Nicht geworden Oh, die Toplane ist noch gut Und jetzt haben wir die... Lass mal den Drachen machen, Leute Kommt mal mit Wer nimmt den? Oh, warte mal, hier, hier kommt jemand her Mach das Egal, du, die können mal klatschen Ja Ach Das Problem ist, wenn wir den... Halt mal Stellung, wir machen können Ja Mach den mal Mach den mal Mach, lass mal rauspolen Nice Super, und Zweck, kommt weg Raus, raus, raus Schön wieder in die Mitte oben durch unseren Jungle Verpissen Ja, bis jetzt läuft's doch ganz gut, Alter Ja, wenn wir in den Fights auf den richtigen Leuten drauf sind, kriegen wir die auch locker Ja Problem ist halt, wenn irgendwer auf Alistar rumpratzt im Fight, da geht der Schaden halt einfach ins Nix, wenn wir Alistar nicht klatschen können Wartet mal, ich muss mal zurück Zappen Ja, weil Alistar einfach übelst tanky ist Deswegen greifen sie ja auch mich nicht an Ich merk das ja immer, die greifen nie mich an Ich verliere nie Leben Ja, lass den Ezreal Auf dass der Sturm mir folge Wartet mal Wartet mal Lass mal in der Mitte oder so Ja, wollte ich grad sagen Lass mal wieder in die Mitte, weil ihr lauft alle wieder weg Dieser Dings ist immer nur ein Lockmittel da oben Der Typ lockt einfach nur Das ist alles Das Problem ist, der kann einfach splitpushen Der pusht die Lane und wenn der Kampf ist, haut er seine Ulti rein, ist wieder dabei Ja Da können wir so ziemlich nichts dagegen machen Außer wir gehen alle immer hoch Lass die mal oben weg pushen Wollen wir das mal machen? Naja, wenn dann müsste der Botlin rein gehen Den Chase kriegen wir Ja, dann komm Dann kommt Got it Weiße, ja der Tower oben fällt Ja, aber nicht, dass der hintere Tower auch noch fällt Nein, wir gehen jetzt einfach auf den Inhip Wenn die so gesplittet sind, dann können wir locker den Inhip klatschen Und er hat gerochen, er hat Lunte Oh, hier ist Jace, hier ist Jace Kommt her, ich hab Jace hier Los, nice, wir haben ihn Pass auf, von vorne kommt noch jemand Irgendwer muss B gehen und den Dings verteidigen, haben Base Irgendjemand, ich geh Base, nein ich geh Base, ich geh Base Weil ich bin Tanki, lass mich das machen Oh fuck, 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 fuck Nein Oh, knapp Den holen wir uns jetzt Komm, den holen wir uns jetzt, Ezreal Los, den holen wir uns jetzt Er will kämpfen, los, los Geh rauf, man Geh rauf, ja Nice Und jetzt macht Backdoor hinten Oh shit, jetzt stirbst du Er ist schon tot Ist scheißegal Das ist wurscht für den Evi-Tor Aber der Evi-Tor ist kaputt und jetzt Für den Evi lohnt sich das Wird die mittlere Lane gepusht, das ist gut so Die anderen Lanes pushen jetzt aufhärter Guck mal, geh mal Botfarm Ein Verbündeter wurde gedötet Das war doch richtig gut, dass wir den noch genockzt haben So, ich hab jetzt nochmal Rüstung, ich werd mir jetzt nochmal anfangen ne Warmax zu kaufen Oh nein Failed Gehst du runter, dann geh ich nicht runter Hm, ich geh runter fix Oder würdet ihr mir noch anderes, was anderes empfehlen für richtig viel Leben Anstatt ne Warmax Nimm doch einfach ne Warmax ist immer geil Können wir fast noch ein bisschen was mit Markees hier holen Dings, wie heißt das das? Das ist Naturgewalt oder so, ne? Nee, nee, nee Schleide, 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 hohes viel Oder so Was kauf ich mir denn jetzt noch? Ach, ich kauf mir jetzt so'n Wir sind alle bottom Max Litschbane Wo ist mein Litschbane? Du hast mein Litschbane Oder wisst ihr was ich mache? Ich hol mir jetzt den Frosthammer Der Donner Damit ich noch ein bisschen Schaden mit austeilen kann Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm Oh, diese Scheiß-Shack-Ult Ich krieg das Raster Warte, wir werden im Teamfight verlieren Kommt zurück Wir sind nur zu dritt Die sind zu viert Jedes Mal, jedes Mal rettet diese Scheiß-Ult Ich zieh' Jace jetzt raus Ich, ich, ich schäbe, ich, ich... Jace oder was? Komm, ich hab' ihn, hier, ich morde Kaiser Da Da Komm Ja Fucking nice, man Wie viele sind tot? Ich krieg' absolut nichts mehr mit von den ganzen Ja, ich krieg' auch nichts mit Ich, ich schlag' einfach irgendwo rein, Mann Das ist mir so egal Ich hau' einfach irgendwo rein Das ist mir so... Das ist mir so kack egal schon geworden Jetzt holen wir uns den Pisser-Chen noch in der Mitte Kommt Nee, das wird nix Ah, guck mal, unsere, unsere Super-Minions verstehen bei denen in der Base Ja, natürlich, die ganzen Lanes pusht grad, das ist... Was kriegen die anderen Lanes denn dann extra? Zusätzliches Leben Aber keine Super-Warsalen Nee, aber zusätzliches Leben Auf den normalen, da sind auch noch mal härter rein Wollen wir Barren machen? Ja, Barren hat die gemacht Der dürfte erstmal noch ein bisschen tot sein Also wir bräuchten ja mal einen Ward Äh, ey, guck mal ganz kurz, ob der da ist Nimm mal zwei mit Aber jetzt Barren machen wir blöd, ne? Wenn sich jeder halt immer mal ein Ward kauft, dass wir zumindest eins auf Barren stehen haben, passt die Sache, ja Ja Nimm doch mal einen Pink Ward, dann kriegen wir vielleicht Auch den Ward von denen kaputt, nämlich So, dann warte mal, ich lass ihn mal ein bisschen pushen Ja, Shen, Shen, geht auf Shen drauf Hast du den Slow oder so? Ja, hab ich Und ich hab ihn nach hinten gezogen Pass auf Pass auf, Alistar kommt Ah, Schutzengel hat er an Oh, weg, 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 du Mädchen Weg einfach, es lohnt nicht Komm, wenn ihr herkommt, wir verstecken uns in den Burschen, wenn der Morde kommt, klatschen wir Da kommt er, da ist Alistar Soll ich Xing sonst ziehen? Ja, auf Morde Mark, Morde Ich hab Jace, ich hab Jace, ich hab Jace raus Ich bin tot Jace, 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 Jace Ich hab Jace, 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 Jace Ja, was mach ich? Alter Ich hab ihn Haut ab, haut ab Nein, die kriegt er, die kriegt er, die kriegt ihr noch Ja, warte, ich komm, 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 geh weg, Ezreal, geh weg, Ezreal Ja, man, fucking nice, Alter Da, ihr könnt ihr pushen, ihr könnt, ihr könnt pushen Los, lass pushen die Lane, komm, schnell Lass den Jo, ich kauf mir jetzt Flucht des Lichts, ne Lass den Tower ziehen, komm Ja, kannst du machen Ja, was ist, Lichbane ist doch Flucht des Lichts Ja, ja Ey, Leute, halt mal bitte einfach nur Tab gedrückt, damit wir die Uhrzeit sehen Wir wollen die Tower jetzt ziehen, vorne, beide Komm, einfach Komm Ich tank ihn Los Und jetzt den anderen Tank, komm, 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 komm Die Wassallen töten mich, verdammt Oh, ich kann den Dings nicht mehr machen bei den Inhibitors gerade Mach den Inhib, mach den Inhib, mach den Inhib, du hast noch Ich hab nur noch eine Sekunde Wartes, 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 Wartes Wartes, Wartes Helf mal mit, helf mal mit Ezreal, bitte Mach den Tower und renn Mach den Inhib, dann renn einfach Mann, ich mach jetzt erstmal gar nichts, nur weg, komm Erstmal gar nichts machen, weg, nur Äh, Baron, wir können Baron auf Jetzt, Alter Ich hab, ich hab Lowlife, Mann Scheißegal, ich tank den Ich würd Baron nicht machen, Alter Jetzt Ja, okay, dann Ja, okay, dann Ah ja, die laufen ja Dings, genau Die müssen ja die Mitte ziehen Ich hau meine Ulti aber auch raus jetzt Ja, nice, und jetzt geh ich back Ich geh sofort back Aus, aus, aus Ja, ich geh Base Ich geh Base Geh erstmal B und keine Ahnung Ja, erstmal B und einkaufen Ich hab 3000 fast Ich hab keinen Platz Oh, Leute Jetzt hab ich fast den Frosthammer zusammen Und mein fucking Life beträgt jetzt 4177 Und ich hab noch keinen Tod, Alter Manny, gehst du mal mit zum Arche? Wenn er dich um den Drachen, ja Ich glaube, den haben sie Ne, ja, den macht sie gerade Ja, bei Jax, geh mal bitte zurück Komm mal durch unseren Jungle Weil dann komm ich runtergelaufen Ja, der Rest müsste halt Ja, das ist kein Weihlich Warte, ich komm mal hier links Haben sie den gemacht? Nö, wir Ey, lass doch einfach mal alle jetzt in die Mitte gehen Wir treffen uns jetzt alle in die Mitte Und pushen einfach die Lane und ficken die jetzt, Mann Komm Das ist das, was wir zu Ende bringen Ist das eine Herausforderung? Lol, er nimmt da jetzt schon seinen Flash Der wird nicht rausbekommen Ich hab' den Slow Lass uns einfach pushen, komm Lass uns einfach pushen Da wollen wir den Klatschen Ne, ne, warte mal, warte mal Ja, komm, go, 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 go Los, ich zieh' ihn raus Ja, Mann, schön Ich seh' nichts Warte, 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 warte Warte, warte. Zehn. Ja, er ist weg. Nice. GG. So, komm, lass uns mal den Tower jetzt ziehen. Ja, ey, das ist da. Oh, lol. Hast du gesehen, wie schnell der Tod war? Finished. Kommt. Fuck yeah, bitch. Ja, man. Richtig fucking nice, Alter. Geiles Spiel. Richtig fett gespielt. World played. Wirklich. Alle kriegen ehrenhafte Gegner. Nice. So will ich das sehen. Und keiner surrendert. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Crazy Fight wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss. Bis dann. Servus.